Hey, 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 Leute! Willkommen zurück zu Devil May Cry. Ja, wir sehen da hinten etwas Verdächtiges und wir wollen jetzt gleich mal hinstiefeln. Hat so eine Probleme, wie es aussieht und sich anhört. Nur Harpien oder sowas, komm! Genau, habe ich noch gedacht, ich habe bestimmt eine Haap hier. Ja, komm! Ja, ich habe mich gerade ziemlich stark vom, äh, Devil Entfernt. Ah, du Sau! Nix da! Sollen wir noch eine? Ja, hast da. Kann man auch gerne mal näher rankommen. Komm, trau dich mal... Ach, sind doch zwei, äh. Komm, trau dich mal was, Fräulein! Los! Hopp! Hopp, hopp! Okay, jetzt kann ich auch wieder. Okay, so nicht. Aha! Nein, 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 nein! Ah, toll. Nur, weil ich runtergefallen bin. Sauerei! Ich muss auf mein Leben achten. Ich muss gucken, dass ich vernünftig ausweiche. Aber könnte ich mir so vieles achten, dass wir keine gute Mission... Nein, es wird keine gute Bewertung geben. Schade. Achso! Ist das nur die eine? Cool! Oh, die plant doch was! Ist da noch eine? Hinter mir? Nein. Okay. Wollen wir die andere? Da oben! Ah! Ich weiß leider nie genau, was die vorhat. Bam! Das war's. Wer bist du jetzt? Ich weiß, ich weiß, dass du da bist. Ich kann dich spüren. Wer ist es? Ich werde dich aufschätzen! Leg den Stock hin! Ich werde dir nichts tun. Außer du gibst mir einen Grund. Wie denn? Bist du auch ein Gefangener von Mundus? Nein. Ich komme von oben. Kannst du mir sagen, wie ich zu dem Turm gelange? Zum Turm? Warum? Ich will den Dämon töten, der hier das Sagen hat. Wirst du mir helfen? Ihn töten? Ich... Ich werde dir helfen. Ich... Wenn du mir zuerst hilfst. Wie denn? Na, erzähl schon. Ey, 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 auf die Bewertung bin ich immer gespannt. An sich nicht durch schlecht Zeit. Ganz schlecht. Fortschritt. So, la, la. Und Gegenstände. Keine, aber drei Tode. Aber immerhin insgesamt noch ein B. Und eine Verbesserung. Äh, ich möchte gerne... Hauptmenü... Ja, gut. Nächste Mission. Erst da, los. Äh, ja. Hm. Los geht's. Und der schöne Ladewilzirm. Ja, den mag ich doch so gerne. Weil auch mal ein bisschen so Kombinationsrecht. Aber, pscht. Diese fliegenden Mistfächer haben ein Auge. Sie quälen mich ständig. Ohne mein Auge kann ich nicht fahren. Ich bin auf Ewigkeit gefangen. Bring mir mein Auge. Dann werde ich dir helfen. Alles klar, Chef. Oh, oh. Das nähert sich etwas Größeres als vorhin. Oder einfach nur mehr. Kommt hier. Kommt hier. Ach, Sauerei. Sauerei. Huch. Ich habe einen Stern noch gefunden. Das ist auch mal was Schönes. Oh, aber da würde ich gerne mal rüber. Wohl. Ach, schaffen wir das denn? Nein. Nein. Vieles nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Das muss aber nicht funktionieren. Na komm. Ah, ist kaputt. Alles klar, jetzt kommen wir da rüber. Wenn wir dann darüber können. So. Ich würde nämlich wissen, was dahinter ist. Eine Seele. Meins. Sonst noch was? Nee, komm, wenn wir zurückgehen. Ach und, ach. Ja, Kupferschlüssel. Ich finde die Dinger irgendwie nie. Sind die so versteckt, oder? Mh, eine große Male. Ey, es bringen so wenig die Viecher. Aber dann mal weiter. Wir müssen immer noch den Harpchen hinterher. Ah, alter Falter. Boah, was war das? Was ist das denn? Hä? Ich sehe ein Licht. Oh. Ja. Oh mein Gott. Ach, du. Fein hier. Ach, ich sehe die Lücken nie. Was soll das denn? Ach, ich sehe die Lücken nie. Ach, ich sehe die L Cler Journey. Ich habe die Lücken. Fuck. Ach, ich sehe dielang. Ach, warum. Ah. Ach, ich sehe die L Jacobs. Ach, ich sehe die. Ach, ich sehe das. Ach,���iges zu Je fen Thailand. Ach. Ich glaube, es ist gut, wenn man hier 4 mit Verschienen Approx kombiniert Boah, diese Züge, die irritieren mich halt jetzt schon mal auf mich. So, was haben wir noch? So, was haben wir noch? Ja. so und der weg ist frei natürlich werde ich noch zwecks insammeln denn wir wollen ja nicht allzu schnell wieder verrecken da ist noch mal genau das ist das elixier der götter aber die liga sind echt nervig aber naja und klappt äh ne falsche waffe haben alles abernten investieren 944 verbesserungen können wir eine machen vielleicht da rein mal schlangenauge vorwärts vorwärts ich kann mich eigentlich ich werde erstmal hier die wobei scheiße schlauer wenn ich solche sachen hier so stand angriff man zu solchen sachen da komme ich ja eh nicht ich entferne das mal ich entferne das mal wobei es eher so dann packe ich das da mit rein als so dass ich das besser verteile weil ich nutze sie so selten die taktischen attacken dass ich das glaube ich besser in die aufwertung investiere zum beispiel ab und so dazu komme ich gar nicht weil es einfach zu dämlich bin das ist ein zerspalter dass solche sachen könnte ich mir zum beispiel noch merken aber in der luft und höhe und mit dem ganzen zeug dazwischen drin mit reißen noch mal so nähren ja das ist standard das kann ich ja nicht weg machen strähne eventuell mit auf reißwolf machen so erics alles noch standard und ist wirklich eben die ivory benutze ich auch einfach zu selten für ein bisschen geübt habe also noch geändert ja gegenstände 2000 ich spare mal ein bisschen denn wir haben auch noch was auf lager nein kommt zurück ach sekunde da war noch so einer jedenfalls hier noch einer mal gucken wie die komo ging bei l2 ja komm ja komm ist wirklich hier ja klar haut wieder ab soll es ähnlich wie durchspielen das muss es sein der deckel genau ab in die mitte warum mache ich für einen alten dämon all diese arbeit auch richtig deshalb damit du was bekommst das muss das auge sein ja na toll ein hinterhalt verfickte fliege fiecher ich darf hier nicht zu lange draufstehen ansonsten geht alles kaputt ok man sieht dann auch noch die kleinen sind wahrscheinlich schon mal mitte hier wache ich ziehe hier ach den kleinen sind ja immer besonders ob dieser nervt Scheiße. Ah. Komm schon, Lala. Nichts, Lala. Ja, ich komme ja 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 Oh Oh Das gibt es doch nicht Na Ja Einmal nicht die richtige Technik dafür Aua Ja Du auch noch So Das war ein recht hübscher Kamm Und wie komme ich jetzt zurück? Ich würde sagen da lang Ist der Workout? Ne, Wayout Da muss ich mich wohl verlesen haben Hm, ist alles viel zu sicher hier Das gefällt mir nicht Oh, mir fällt gerade auf Im Part total überzogen Alles klar, hör mal ein abrupter Abbruch Und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge Bis dahin Ciao Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020